Meine weise Tochter Rachel hat mich dazu gedrängt, euch einige Ratschläge über die wichtigen Dinge, die ich im Leben gelernt habe, aufzuschreiben. Ich schreibe euch das am 8. April, am Abend meines 72. Geburtstags. Erstens, fürchtet euch nicht, folgend jemandem oder irgendetwas, wenn es darum geht, euer Leben voll auszukosten. Folgt euren Hoffnungen und Träumen, egal wie unerreichbar oder anders sie euch erscheinen mögen. Viel zu viele Menschen tun nicht das, was sie wirklich wollen, aus Angst vor dem, was andere denken oder sagen könnten.